Ich persönlich habe beim Lesen von Büchern von Ihnen immer sehr viel gelernt. Ist es eine Idee, die Sie auch verfolgen, über das Schreiben von Romanen auch sozusagen Stoff zu vermitteln? Die Idee ist eigentlich erstmal Unterhaltung, aber mich unterhält eben Erkenntnis und Wissensgewinn und das fließt dann quasi ein in meine Bücher. Und mit der Zeit hat sich natürlich entwickelt, dass ich festgestellt habe, das macht mir Spaß auch mitzubekommen, wenn man dann die Zuschriften bekommt. Ich habe wegen Ihres Buches Blackout beschlossen, das Studium der Energiewirtschaft zu bestreiten oder auch Leute, die Helix gelesen haben oder Gier, Genetik zu studieren oder Biotechnologie oder Wirtschaftswissenschaften. Und das zeigt auch, dass Literatur definitiv beitragen kann, Leute für Themen zu interessieren und dann weiter zu gehen in die Recherche über die klassische Unterhaltung hinaus. Die Vielen Dank.